Ach komm, der hätte direkt sitzen müssen, komm! Ja komm, nein! Boah, der muss sitzen! Nein! Ich wollte gerade sagen, ey, das muss aber sitzen. Oh shit, shitty bad. Hit me baby one more time! Oh baby, baby! I know, I know, I'm not close. Something's gone around! Ladies and Gentlemen! Die Rage-Critiers sind wieder am Start. Und heute mit einem Special Guest. Justin Bieber! Ja, so sehe ich aus. Wenn ich meine Haare nicht gemacht habe, weil ich gehe heute Abend noch auf eine Halloween-Party und dann mache ich die Haare erst heute Abend. Und deshalb sehe ich jetzt aus wie Zwölf und wie Justin Bieber. Und Justin Bieber ist halt eigentlich mein Kostüm, deshalb brauche ich nicht viel mehr machen. Wir spielen heute Star-Wall. Ja, wurde uns schon ein paar Mal empfohlen, auch vom Raphael mal. Deshalb nochmal schönen Gruß an Raphael. Bestrafungen stehen noch aus, keine Sorge, machen wir. Gibt es dann auf Rage-Crit-Movies, ist ja immer am Ende verlinkt und in der Beschreibung. Wenn ihr Bock auf die Bestrafungen habt, müsst ihr den auf jeden Fall abonnieren, den Kanal. Und hierzu wird es auch eine Bestrafung geben, keine Ahnung was. Wie gesagt, immer wenn ihr Ideen habt bei einem Battle, Ideen für Bestrafungen unten in die Kommentare, das freut uns immer sehr. Wir machen Best of Three, den Versus-Mode. Das Spiel ist ultra witzig, wir haben kurz angetestet. So, wie viel Leben haben wir da? Wir machen mit, ja, fünf Leben. Fünf Leben? Ja, zwei. Wir spielen sowieso die fünf Minuten rum. Oder kann man auf Zeit spielen? Wir machen die fünf Leben, ja. Ja, das ist gut so, das ist gut so. Okay, alles klar. Ähm, man joint hier rein. So, pass auf. Und, äh, ich bin, ähm, der Blaue hier. Ne, ich will Weiß sein. Ich bin Weiß, ich bin der Weiß mit dem Roten Herz. Und dann gibt's schöne dicke Kostüme. Dann mach ich Orange. So'n schönes... Also ich bin der Schnecken, äh... Also dieses Spiel ist wieder wunder-, 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 wundervoll-designed. Also ich bin der... So viel Zeug, ey. Oh, das ist ne coole Kombination, weil das Schneckenhaus und meine Hörner sind beide so getwurlt. Boah, das ist ja voll Double Twirl. Ich bin der Twirly Boy. Also ich baue mir... Ich baue mir einen Streber. Nerd. Superhead. Streber gegen the Twirly Boy. Also ich bin Weiß, Simon ist Orange. Ich würd sagen... Let's fuck the sun. Let's getty to Joey. Let's getty... Let's getty to... Wir fangen, äh, erste Runde auf dem, äh, Meteor, würd ich sagen. Und dann gehen wir einfach nach rechts. Random? Random. Einfach, weil's wir's können. Weil's wir's können. Weil's wir's könnten. Okay. Boah, ist das eine riesen Welt. Boah, das ist Kray, ebenfall mit Lava. Okay. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. lauf, gig事, ding, 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 ding. Verliessig ey, ey. Duck, 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 duck dum! Da kommt Lava! Holy moly. Ohh! Hoh... Oh yes Motherfuckers! Oh yes Motherfucker! Oh yes Motherfucker! equivs TV what the fuck! Haha! Alles wound, das ist so, dass wir dieские whoseauen die bei気озerns nicht kennengen. Weiß, ich bin dreimal in die Lava rein. Normal passiert auf mir immer sowas. Richtig kacke. Oh. Du kommst auch nicht mehr raus. Ja. Ich bin genauso kacke wie du. Ja. Oh Mann, da hat er mich einmal getroffen. Oh Mann, ey. Das ist das Geile, das Spiel schaltet auf Zeitlupe, sobald man in die Nähe des Herzens mit dem... Level Select. Mit dem Horn kommt. Okay, mach mal nochmal random. Mach mal Best of Five oder wer zuerst drei Siege hat, oder das war schnell. Ja, je nachdem, ich weiß, die Map war natürlich richtig kacke. Ja, aber das geht trotzdem relativ schnell. Der letzte zuerst drei Siege hat. Aber ist es schon mal 1 zu 0? Fühlig, what the fuck? Oh, halt explodiert. Like a real motherfucker. Like a real motherfucker. Okay, pass auf. Sneaky Text von hinten. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komm, 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 komm. Nein. Shit, weee. Ey, der kann alles sein. Krach, krach, krach. Ich glaube, dass mit... Ach komm, der war doch... Der war mit, der war mit. Ich glaube, der war mit. Ich glaube, dass mit dem Zeitspielen ist echt so eine Sache, weil wenn ich dir jetzt ein Herz abziehe... Oh, fuck. weil ich jetzt auf Zeitspielen genau das sind die die Noob-Taktik NOOOOOO! Sch*** meiii! Awesome! Komm, komm, komm! Du bist so ein Luri ey! Du bist so eine Zeitloobie! Nein! Du hast mich voll weggerampft! Gott, wie witzig das Spiel ist! Ich finde die Steuerung ultra gut! Nein! Ich finde die Steuerung echt richtig gut! Ach komm, der hätte direkt sitzen müssen! Ja komm, nein! Boah, der muss sitzen! Nein! Ich wollte gerade sagen, ey, das muss aber sitzen! Shit! Shit! Das hat echt immer sehr, sehr risikobehaftet hier diese Attacken, ne? Nein! Nein! Shit! 2-2 wieder! Fuckin! Ass shit! Und! Ich bin auf den Fersen! Hohohoho! Ich habe fast selbst reingeritten, ey! Holy moly! Pass auf! Und! Komm! Komm! Ich sneek dir hinterher! Dehdehdehdehdehdeh! Scheiße! Unentschieden! 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 die Taktik. Space Topolos, Walls Deep, Junge. Walls Deep. Wir haben die Walls Deep, Junge. Wir haben die... Geil, mit Balls Deep. Aber die machen kein Damage, oder? We-Web-Webard. Oh, das ist ultra-confusing. Da haben sich aber schönes... Da haben sich aber schöne Sachen ausgedacht für die Maps. Boah, Alter. Holy moly. Und? okay erst mal verstecken hier die duelle sind echt krass ich habe eine schnecke auf dem rücken man kann das auch zu vierte spielen oder man kann dazu vierte spielen vielleicht zu uns kommt der hat komm 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 und du hast gefordert der drin sein müssen es ist noch eine bestrafung für mich an generell und auch eine noch für dich du hattest nämlich einmal als soccer physics verloren gegen mich meine ich das kann sein ja eine bestrafung für mich hat man jetzt oder nicht ab oder auch zeitspieler voll der richtige ruhe das ist eine richtige huhrer das war knapp schnell man da auch wieder sich vertut und auf ich bin so kacke wie schnell weißt du da habe ich gedacht komm da bist du machst du nicht der pussy modus verkack ich instant ich gehe auf dem hand ich gehe auf dem hand junger ich verstecke hier nicht hand der hand ist viel 8 da wackel da rum okay also 22 22 ok 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 da willst du gleich machen wir noch ne komm ich finde die da wieder neos keine ahnung was das ist ein lot dann dort immer weit ja ist jetzt match wollen ja in dieser wunderschönen welt hier dann so schiert schiert was das ist eine so kleine kackwelt richtig cool die matrix moves das sind einfach die matrix muss koko was gibt es nicht nein nein du scheiße ich 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 die H nutrigen schneckene verapäude Lügelin Komm ran Junge Ja ich wollte gerade sagen, oh man ey gerade bist du aber Ich glaub bin ich kacke Oh ich wollte gerade sagen, wenn dir den nicht getroffen hätt, wäre aber komisch gewesen Öffne ich dir voll meinen Bauch das Kinn Hier kann sich noch alles so schnell umdrehen, das gibt's nicht Vor allem wir Wir können uns auch ein bisschen umdrehen Oh ne Oh komm Was mach ich? Scheiße Damit läuft die Zeit davon Yes Ich dreh mich noch in dich rein, ich bin einfach so kacke Einen noch Oh shit Tornt Scheiße Verpisst dich doch Nein Okay das wars Nein Scheiße Ich bin auch wieder weggekommen Nein Justin Bieber Wins Justin Bieber Wins Oh man Oh man Als zwei Bestrafungen noch für das Simon aus Schreibt uns mal was für dich In die Kommentare Für mich natürlich auch noch eine Und ja die werden wir hoffentlich Ja müssen wir eigentlich demnächst auch mal angehen Auf jeden Fall Wir durchforsten auch mal eure Kommentare Was da sowieso so am Start war Und dann drehen wir die demnächst auch mal Die findet ihr dann auf Rage Good Boys Richtig Wenn der Roger vorbei ist dann werden wir auf jeden Fall kommen Gut machen wir das so Richtig Sehen wir uns beim nächsten Mal hier in Endcard Ihr findet noch ganz viel Scheiße und haut rein Nein Nein Ich will noch was erzählen Und zwar gibt es da noch ganz viele andere Spielmodi hier in diesem Spiel Nämlich Nein Was gibt es da noch Ganz viel Shit Wenn ihr das noch sehen wollt So was wie Capture the Flag So mit irgendeiner Kugel einnehmen Richtig Und noch so anderes Zeug Wenn ihr Bock da drauf habt Schreibt uns rein ob euch das Spiel gefällt Richtig Dann machen wir das auch noch Weil das lustig ist Und jetzt Sagt der Simon All right Boosh